so aber ich darf wenigstens schlucken zwischendurch weil hallo und herzlich willkommen hierbei schäferfeuer er ist nun live kann aber leider gottes nicht sprechen ich bin gar kein es sind alle drinnen 2 3 ja moin absolut gewünscht hinter dir hinter dir Markus abgüben und eine Einrichtung zu vertreten ein das ist das okay durch die 1 3 du hast es ja richtig krachen und das schlechteste spieler ist das Spiel Oh, ich schaffe dir das Ex-Plan-Busher. er ist mit der kude der beste spieler ich habe ihn mit einer verleten hat sie verpasst er spielt eine vespa mit schalldämpfer im camp ja da spielt nicht nur einer vespa ja aber die spielte mit schalldämpfer im camp dazu auch noch mhm ich glaube da hat einen kollegen der spielt auch vespa und hupper die ausmacht ist echt fein mhm bekommen wir aber gerade oh mein Gott hör auf zu ich werde die ganze Zeit von der vespa geholt die ganze Zeit ich fahre runter ja moin äh einer kommt Aladin okay ja 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 das kann nicht sein alter was der die ganze Zeit schluckt das ist unfassbar digga dieser scheitzbrenner wer ist wohl er kriegt voll auf die presse ich stehe 7 zu 11 das ist nicht normal ja 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 okay ja alles alles da alles da alles da so eine schaff das ist so nett das sind glaube ich die jonas brotters alter beide mit vesper ich fall jetzt wieder runter ich bin zu blöd war unfassbar wie ruht er mich denn die ganze zeit es ist unfassbar es ist vernechtet nichts rk5 3 bursts überlebt rk 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 Ach, Sunny, das ist Kotti. Das ist einer meiner treuesten Freunde und Fans hier mittlerweile. Also, der steht zu seinem Wort. Also Leute, das Schwierigste an der ganzen Sache ist wirklich, ihr könnt nicht reden und ihr wollt euch zwischendurch aufregen. Euch läuft der Sabber aus dem Mund, weil ihr den Mund ja nicht zumachen könnt. Und ihr könnt nicht ordentlich atmen. Kotti haut die 20 Euro raus und sagt Ehrenmann. Kotti, ich liebe dich. Ohne Witz, ich liebe dich. Jo, Tintenkiller. Paypal geht, Streamcard geht, Google Plus geht, EC-Karte, Kreditkarte. Also, Kotti ist dann instant einfach mal Top-Donator. Vielen Dank für die 20, also eine sehr, sehr coole Wette. Markus haut auch noch drei raus. Markus, vielen, vielen Dank. Ich liebe euch, Leute.